hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen episode soma beim letzten mal haben wir hier erfahren was ist so mit dieser arg mit dieser arche auf sich hat das war dieses große projekt von der kathleen die sich jetzt aktuell in unserem omni tool befindet und ja das ganze ist aber gar nicht so geglückt wie es eigentlich glücken sollte diese arche hängt noch auf der erde fest und wir müssen jetzt irgendwie hin wenn mich nicht alles täuscht von daher machen wir uns jetzt mal auf den weg denn vielleicht kann man dieses projekt ja noch retten wo müssen wir denn jetzt hier eigentlich lang müssen wir jetzt hier zurück gott na also ja gut jetzt ging es auf das ist auch schön dann gehen wir mal weiter hier rennt doch noch irgendwo dieser komische wächterraum oder nicht wir schauen mal ist er das dann nicht das ist er doch oder nee das ist irgendwas anderes okay ich dachte immer das wäre der dann habe ich mich damals verguckt nun ja wir laufen mal weiter shuttle station sind wir hier nicht richtig oder wir müssen erstmal irgendwo raus ich werde die toilette aber da wird ja nichts anderes jetzt los sein nee nichts los auf dem klo ich weiß nicht ob wir jetzt hier alleine sind schritte wahrscheinlich unsere eigenen wir gehen einfach mal weiter ich glaube schon dass wir jetzt hier raus müssen wir müssen ja irgendwie zu dieser arche kommen okay na dann jetzt wird das hier wieder mit wasser geflutet oder was hallo doch alles klar jetzt geht hoffentlich auch die andere luke gleich auf okay das ist das da oben noch nee das ist einfach nur eine lampe ich hoffe wir finden den weg also drinnen wäre es jetzt ja nicht weitergegangen folgen jetzt unseren instinkten oh nein da ist wieder so ein garstiger robo man merkt es auch wieder an den störsignalen der redet schon wieder ganz gemein mit uns was jetzt bist du im arsch nein niemals vergiss es du bist im arsch oh scheiße nein wir sind im arsch nein nein ich will nicht lass mich weg alter ist mit ihm kaputt weinen wie eine schlampe ich zeig dir gleich mal wie eine schlampe weinen kann boah was für ein mistvieh hallo ist er noch ganz sauber boah ich lass mich doch hier nicht beleidigen stirb ich muss hier weg verdammt man ich hätte so gerne eine waffe wir müssen ihn irgendwie loswerden scheiße ich geh da gleich wieder zurück oh nein hier Moment klopf klopf schnell rein ich will da rein und Tür zu Tür zu machst du die Tür zu können wir irgendwas machen also solange der da nicht reinkommt was ist das Curie emergency vessel 4 hey Simon kann ich mich hören ich höre kannst du das Ding rüber hang on ich will es dir versuchen ok Lucas zu ey wohin auch immer es jetzt hier geht ja super okay unser Omnitool wurde jetzt auch aktualisiert und dieses Schiff hier ist kaputt das ist natürlich schade können wir jetzt irgendwas tolles mit unserem Omnitool machen können wir hier irgendwie drücken nein dann müssen wir wieder raus oh ey dieses rote Licht ich hoffe echt das sind hier nur irgendwelche Scheinwerfer ok ich will nicht dass dieser komische Bob da wieder aufkreuzt das ist hier aber wieder so ein freundliches Drünchen oder du bist unser Freund oder bist unser Freund hallo folge ich dir jetzt einfach ich glaube der folgt uns oder ich wäre dafür dass wir ja mal irgendwie wen an die Hand bekommen der uns mal sagt wo es lang geht ok dann folge ich mal den Lichtern noch sieht die Luft rein aus oder besser gesagt das Wasser ach was nein wer warum oh scheiße wer bist du denn ich will dich nicht sehen wer bist du was war das denn oh verdammt oh nee ich weiß jetzt nicht ob wir da wirklich lang müssen hallo wir ducken uns mal oh man oh da ist ein kleiner Krebs ich schleiche jetzt hier lang und wehe das Ding kommt wieder oh nee oder ist das nur ist das nur ein kleines Licht oder ist das wieder so ein Arsch ey ich habe hier nach dem Spiel glaube ich echt ein Problem mit roten Lichtern jedes rote Licht ist böse ist das nur eine Lampe das ist nur eine Lampe ok gehen wir mal da rein na schwenk Tür wieder zu oder nicht ich mag das nicht wenn die Türen hier aufbleiben ok wir gucken uns mal um das ist eine Leiter ok da kommen wir nach oben noch irgendwas Räder zum Drehen irgendwelche Ventile weil ich denke mal kann man nix machen gut dann gehen wir mal nach oben oh man da geht's nicht lang hier geht's lang ey wenn hier was angesprungen kommt ich habe mal so ein bisschen Schiss wenn es um die Ecken geht noch ist okay wo sind wir jetzt ist irgendwie ein Ausgang wo auch immer wir jetzt hier rausgekommen sind wahrscheinlich einfach nur auf der anderen Seite und ich bin dafür dass wir einfach weiter schleichen ach wir hinterlassen die Spuren hier oder was oh oh nein bitte nicht bitte nicht jetzt nicht hier wieder so ein komisches was auch immer ich bin doch gar nicht da ich bin Seegras ich tarne mich scheiße wo ist denn hier was nein ist jetzt hier alles okay oder was oh nee das ist aber ein Sucher oder nee sind drei rote Lichter ich fühle mich überhaupt nicht wohl nee wir bleiben unten also ein bisschen Schiss dass jetzt hier irgendwas angelatscht kommt wieder irgendein irgendein Wrack hier einzelne Schiffsteile nichts weiter huiuiui hallo gibt's hier irgendwen die Musik wird lauter oh oh das klingt nicht gut oh das klingt nicht gut oh man da lang da lang hier lang kommen wir jetzt mal hier kurz ein bisschen schneller oh nein 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 man wo ist denn das Vieh wer oder was ist denn das hier muss doch was sein sonst kommen doch diese komischen Störsequenzen nicht also rennen ist wirklich eine scheiß Idee hier unten okay das sieht aus wie ein Eingang da ist eine Leiter dann klettern wir da gleich mal hoch was ist denn das da schon wieder rotes Licht bewegt sich das okay nein oder nee es ist wirklich nur eine rote Lampe okay da ist eine Tür zum öffnen Feuerlöscher unbedingt die geht auch auf ich möchte erstmal kurz nach oben ich will nur wissen wie weit das hier hoch geht ah shit ey ich glaube wir müssen unten anfangen oder ja komm wir fangen unten an ach ich wollte gar nicht springen oh nein ich glaube wir sind zu laut wir sind eindeutig zu laut ähm die Tür war doch gerade noch nicht offen oder hallo oh die waren nicht offen hier geht's nicht weiter oder ne hier geht's nicht weiter dann halt die Tür ah die ist zu okay dann haben wir ja gar keine Wahl schauen wir mal was hier los ist hallo ich meine das sieht hier schon ganz schick aus ne oh hier geht's weiter mal kurz umgucken man warum knarzt das hier immer so das ist echt ich hab das Gefühl wir unterhalten den ganzen Meeresgrund ja äh äh juhu ach ist das laut Tür zu da hat's gerade so ein bisschen geruckelt beim Speichern was nach was wollen wir suchen nach irgendwas Intaktem oh verdammt ich hab's nicht gelesen ja ja man sollte hier nicht so hin und her werfen ja das ist diese MS Curry von der sie vorhin geredet haben na die Tür doch ah falsche Richtung wahrscheinlich suchen wir jetzt einfach irgendwie einen intakten Rechner oder was oh nein oh nein oh verdammt oh scheiße man wir müssen aufpassen wir sind nicht mehr alleine oh nein wo ist es denn wir müssen uns irgendwo verstecken nein oh scheiße ich glaube wir haben ein Problem wer bist du denn lass mich in Ruhe kommt der hier nicht hin oder was oh 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 ja wunderbar das sah aus wie so ein Teil was wir vorhin schon hatten und uns schwirrt natürlich wieder der Schädel scheiße oh man wir müssen weg dieses Ding dieses Ding ist hier gleich wieder oh da ist es ich will nicht lass mich in Ruhe lass mich doch einfach in Ruhe oh man nein warum denn da ist ein Rechner und wir können nichts machen wo ist denn dieses Mistvieh hin das verfolgt uns das ist ein echtes Problem hier ich habe keine Zeit ich kann hier nicht oh scheiße nein das ist uns echt auf den Fersen ich würde hier gerne nochmal raus ich würde es gerne ablenken oh verdammt ich glaube wir haben das hier echt versaut haben wir es abgelenkt Moment wir bleiben bitte einfach mal kurz hier boah ich hoffe es kommt nicht wir können hier gleich mal in den Spind gucken da waren wir zu laut wehe dieses Vieh kommt hier wieder an wehe was haben wir denn hier einfach nur Kram 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 wieso kam der denn auf einmal hier ist ein Anzug vielleicht ist da irgendwas irgendwas drin Hilfe so kommen wir da irgendwo ran ne hier das ist nur die Tür okay ganz langsam ganz langsam vorsichtig wir waren einfach zu unvorsichtig wir müssen aufpassen ich hätte gerne die Nachrichten genau gehört ich bin nur mitgekriegt Feuersturm der auf der Erde wütete da ist es wieder oh scheiße hat es uns gesehen warum lebt denn hier so ein Vieh scheiße ist es noch unterwegs oh Mann oh Mann Mann warum machen wir immer so einen Krach beim Laufen oh da ist es wieder da ist es wieder lass mich in Ruhe wie sollen wir denn da ungesehen vorbeikommen ne das ist der Fernseher oh scheiße oh oh nein oh nein oh nein oh nein nein weg hier die Tür geht nicht mehr auf ist ja richtig großartig das fand ich aber bei dem anderen Wächter damals irgendwie einfacher hui Mensch es muss doch eine Möglichkeit geben oder können wir mit dem Feuerlöcher hier doch vielleicht können wir mit dem Feuerlöcher die Scheibe einschlagen wir hatten doch hier vorne einen da ist der Feuerlöcher oh bitte ach ja genau Moment kriegen wir das hin ja nee also unter Wasser ist das eine richtige Scheißidee das geht gar nicht kann ich das Vieh ablenken ich probiere es einfach ich werfe das Ding mal in die andere Richtung so und jetzt komm bitte in die andere Richtung nicht zu mir ja genau da lang das ist super aber oh oh ich glaube das haut so nicht hin ich glaube es lässt sich nicht verarschen Kuckuck ansonsten renne ich da jetzt gleich durch das ist das geht doch sonst hier nicht und jetzt müssen wir ruhig sein sei ruhig sei ruhig oh Scheiße ist das eine blöde Stelle oh hier ist wir gehen hier lang wir gehen jetzt einfach mal hier lang und machen die Tür zu puh ich weiß nicht ob das hilft ob wir hier richtig sind es ist sehr dunkel hier ach wir haben ja noch unsere Taschenlampe fällt mir gerade ein ist auch noch ein Feuerlöscher da ist noch eine Tür äh vielleicht machen wir das Licht mal aus und die Tür nochmal zu ich habe gerade schon wieder diese Magnetstörung da gesehen wir können nochmal kurz ach Mensch zwei Spinte nicht dass wir hier irgendwas übersehen nö ich hoffe dieses Vieh kommt hier nicht rein oh man so Licht aus wir sind gar nicht da einfach durch oh Scheiße da ist es schon wieder oh verdammte Hacke von wo kommt es es kommt nein nein es ist hinter uns was ist denn wenn wir jetzt hier rennen oh Scheiße komm wir machen die Tür zu du kommst hier nicht rein du kommst hier nicht rein lass mich in Ruhe oh Scheiße Tür zu ist mir schlecht kann man dieses Vieh so leicht austricksen indem man sich einfach hinter der Tür versteckt oh Gott trotzdem sind wir hier noch nicht wirklich weit gekommen wahrscheinlich wartet es genau hier vor die Störgeräusche sind zu hören wir hören es laufen lass uns in Ruhe oh ne oh man könnte es sich nicht einfach mal verkrümeln oh die Geräusche sind noch zu hören es kommt schon wieder näher oh was hat es denn da gemacht was ist denn hier los oh Manu ich hoffe wir kommen hier irgendwann mal raus wir hören mal rüber ganz vorsichtig ich weiß halt nicht ob es da hinten rumgurkt das ist immer ganz leise oh 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 nein 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 oh Scheiße hier stehen wir doch mal richtig ungünstig ne hier stehen wir richtig ungünstig wir bewegen uns nicht wir warten ab mh da ist es das macht ganz schön krach das macht ganz schön krach also noch hat es uns nicht entdeckt oh ne F14 wir waren vorhin wir waren vorhin F11 oh stimmt nein lass mich in Ruhe da ist es schon wieder es ist schon wieder im Gang es ist im Gang wie sollen wir da lang kommen bitte wie sollen wir denn das machen also es rastet so ein bisschen aus ne oh Gott es ist noch da Scheiße oh Gott hat es uns gesehen ich weiß halt auch nicht ob das hier wirklich in diese anderen Räume rein kann Mann lauf einfach weiter es turnt da draußen rum wir können hier grad nicht weiter das legt uns um das Ding legt uns einfach um wir müssen bestimmt nach links da hinten ist es oh 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 man ich will nach links oh scheiße da guckt es einfach durch die Tür da guckt es völlig entspannt durch die Tür wir rennen einfach hier lang das ist mir egal jetzt wir rennen jetzt hier lang nein wir rennen hier natürlich voll in die Sackgasse richtig gut oh man da geht es gar nicht lang man sollte sich die Wege vorher mal aussuchen okay also wir wissen das ist eine Sackgasse und das ist mal dezent Scheiße das heißt wir müssen jetzt nochmal oh ne lass mich in Ruhe verdammt verdammt ach so ne Scheiße F13 ich weiß nicht wo wir lang müssen es ist bestimmt hier drin wir müssen uns kurz umgucken hier ist so ein Lebensdings wir holen uns jetzt das Leben dafür dass es uns gleich wieder umbringen kann oh scheiße Mann wo müssen wir hin 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 insgesamt Vielen Dank.